Mitte 2019 habe ich im Auswärtigen Amt Diplomates of Colour mitbegründet. Das erste und größte Diversitätsnetzwerk innerhalb der Bundesverwaltung, damit wir unserem demokratischen Anspruch gerecht werden, die Vielfalt unserer Gesellschaft in Politik und Verwaltung wiederzuspiegeln. Schnell habe ich aber gemerkt, dass nicht nur das Auswärtige Amt, sondern die gesamte Bundesverwaltung, die gesellschaftliche Diversität repräsentieren sollte. Und genau aus diesem Grund gibt es Diversitary. Wir wollen über Vernetzung Sichtbarkeit schaffen und ein innovatives Diversitätsgesetz, damit wir rechtlich verankern, dass Deutschland eine Heimat für uns alle ist. Mit Diversitary wollen wir endlich die gesellschaftliche Vielfalt in Politik und Verwaltung widerspiegeln. In einem Land, in dem 25 Prozent der Bevölkerung einen Migrationshintergrund haben, aber nur 12 Prozent der Beschäftigten der Bundesverwaltung, reicht ein Weiter-so nicht mehr aus. Und genau hier müssen Politik und Verwaltung mit gutem Beispiel vorangehen. Und dabei wollen wir von Diversitary unterstützen. Indem wir ein ministeriumsübergreifendes Netzwerk aufbauen, schaffen wir Bewusstsein für Rassismus kritische Strukturen in der gesamten Bundesverwaltung. Und darüber hinaus. Gleichzeitig unterstützen wir den Aufbau interner Diversitätsnetzwerke innerhalb der Ministerien, denn wir finden, dass Wandel von innen kommen muss. Wir sind der festen Überzeugung, dass es nicht wichtig ist, woher du kommst, sondern einzig entscheidend ist, wohin du gehst, was für Leistungen du erbringst und was für eine Persönlichkeit du hast. Nur wenn wir das Potenzial unserer pluralistischen, vielfältigen und multiethnischen Gesellschaft nutzen, können wir den Herausforderungen der Zukunft begegnen. Diversität ist unsere Realität und Zukunft. Wer nicht mit der Zeit geht, wird mit der Zeit gehen. Wer seine Zukunft nicht aktiv steuert, steuert in eine ungewisse Zukunft. Deswegen müssen wir uns alle für Diversität einsetzen, damit die Bundesverwaltung die gesamte deutsche Gesellschaft widerspiegelt. Damit Menschen nicht basieren auf ihrer Herkunft, sondern ihren Zielen bewertet werden, in Ambitionen, Fähigkeiten und Träumen. Unser Ziel ist es, im Dialog mit Entscheidungsträgerinnen aus Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen und gemeinsam an der Vision einer geeinten, diversen und fairen Gesellschaft zu arbeiten. Wir sind Deutschland. Wir sind Diversitry. 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 Vielen Dank.